also machst du eine begrüßung du bist der gastgeber ja ja okay gut dann haut drauf die taste das läuft ok servus leute und wieder herzlich willkommen beim landwirtschaft simulator diesmal wieder mit der geplanten besatzung jimmy da und ich und jo wir waren jetzt gerade so ein bisschen am diskutieren was wir jetzt eigentlich machen waren uns auch nicht so ganz schlüssig deswegen überlegt wir schwingen uns mal und unsere zwei grasgrün zweier golfs und checken mal ab ob da nicht irgendwo noch ein feld ist also weil ich das in erinnerung hatte müsste da noch irgendwo ein feld gewesen sein ja du warst ja untreu und ja ich habe fremd gefahren genau genau du bist ein geld geiler bauer wenn da jemand kommt und helfen möchte den nimmst du einfach ohne rücksicht auf mich ach der hat wieder diesen blöde ansicht also ein mitsubishi könnten uns bis jetzt hier leisten ich weiß ja nicht was was das rapslager bis jetzt herausbringt ich gebe doch nicht meine ernte frei dass man all das ruhestand art ich habe heute wieder ein video von dir geschaut was für eins wahrscheinlich das letzte wo hochgeladen hast ich weiß gar nicht welches also wo wir zusammen gemacht haben und ich war nicht dabei als ich war irgendwo rumgefahren und du bist mit dem anhänger übers feld gefahren ich habe es ganz deutlich gesehen verdammt verdammt das war genau mein gedanke so glück sieht das nicht aber naja so also autos wieder heim mit die treasure hierher und dann jo wo bin ich denn warum bin ich hier bist hinter der mühle ja aber das gebäude kann ich hier nicht das ist die mühle von hinten das wird wahrscheinlich für mich die nächsten anschaffungen sein die mitsubishis und vielleicht kann ich das war meinen zuschauer zeigen du kannst es auch bei dir machen wenn man hier extrem um die kurve fährt ja ich fahre mal kurz auf dem hof mit vollgas auf dem hof drauf und bei mir ist es so egal wie ich fahre ich fahre gegen den baum so ich versuche ich versuche es auch mal noch mal extrem auf die kurve stand ich doch im weg und schon fliegt man hier das ist halt tuning golf hier aber geflippt das war gut einmal die lowrider hydraulik aktiviert und dann geht es ab so kiste in die garage stellen jetzt sicher was kosten die kiste wahrscheinlich auch nur 3,50 euro oder was wie der golf nee da hatte ich mich 300 oder sowas gekostet mein gott so licht aus aussteigen gut licht fahren wäre interessant gewesen warum fährst du rückwärts hä ich fahr rückwärts ich fahr rückwärts achso okay aus das reicht er parkt wie ein bauer so schwingen wir uns drauf die erntegeräte und gehen ernten so jetzt wird es lustig ja schwing dich mal drauf also ich muss ganz deutlich sagen ich habe es ordentlich abgelegt ja das ist auch sehr kurios es könnte natürlich sein dass irgendein golf dagegen gefahren ist das war ja ein kleines feld soll ich mit dem anhänger kommen oder auch mit ja 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 wie du denkst also also ich gas auf jeden fall schon mal vor bis du mich entschieden hast ja das ist ich schaue mal ob ich den mitrescher hier vorne tragen kriege wenn nicht komme ich mit dem anhänger ach ist die ansicht wieder entspannt hier also die ansicht vom golf die gefällt mir absolut nicht das ist eindeutig zu niedrig ja und zwar mal jetzt mal nebenbei noch so erwähnt habe ich ja bei mir unter den videos habe ich ja auch einen kommentar mal gehabt von welchen wir sollen noch mal eine andere map nehmen ich meine logisch standard map irgendwann ist ja ausgeleiert und da haben wir uns jetzt halt gerade vor dem video mal überlegt dass wir ja die map hier ein bisschen verändern könnten dass wir uns praktisch vielleicht noch neuen geräte schuppen oder ein fahrzeug schuppen oder sowas kaufen kaufen in anführungsstrichen zubauen und das dann halt mit hinzufügen wenn ihr da vielleicht den ein oder anderen praktischen vorschlag hättet oder sowas was wir denn hier an der map noch ein bisschen verändern könnte dann einfach mal in die kommentare hauen und jo werden wir halt mal sehen ob wir das eventuell noch mit hinzufügen können äh gummileitplanken gummibäume 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 auch gut ah licht hat meiner ein blinker ne blinker ne also ne warnleuchte ich hab's schon wieder vergessen ach du bist eins genau oh meiner hat sowas haha wusste ich gar nicht werbel ja die frauen wollen immer das aufmerksamkeit erreichen ja ich hab das aufmerksamkeitsdefizit syndrom was ich während meiner aufnahme wo ich allein war gemacht äh rausgefunden hab hier steht ein supermarkt hab ich nicht gewusst ja ach da ja das ist ja auch schon ein einkaufswagen helfe aber es ist sehr gut ja kann ich nicht sagen ich war am sonntag auf der map drauf und da hat er natürlich zu gehabt sehr kurios äh das würde mich jetzt allerdings auch mal interessieren so ein bisschen ja für unser kleines Dorf so gib gummibäume raps ernte yeah schon wieder raps ja das macht am wenigsten Müll und bringen am meisten Geld ein was denn das weiße da hinten ist das ein Wasserfall oder was ja das müsste hier so ein Wasserrad sein oder sowas wenn ich mich jetzt recht erinnere so was haben wir denn J und V und gleich mal auf die 2 ich denk Flip kann ja auch die 2 jo aber mit der Bärbel müsste ich auch mal wieder ans Tankfass fahren wie nur noch 100 Liter drin oder wie ne halb dann leer wart war ich das? wir haben die noch nicht getankt seit wir hier angefangen haben ich weiß gar nicht was brauchen die eigentlich jetzt nur in der Fahrt oder auch im Stand wenn du bloß drinnen sitzt konnte ich bis jetzt so noch gar nicht feststellen kann ich jetzt auch nicht sagen ich hab doch gehoben weil da musste ich nämlich mal aufpassen äh wenn ich den Surfer laufen lasse dass ich nicht zufällig in dem Fahrzeug drinnen sitze und da den Tank leer schrubbt bloß vorm sitzen ja wir haben ja noch immer ähm als Option einen Tank Anhänger zu kaufen hm für unseren Duke ja aber wir haben ja die andere Option jetzt mit der Zange die wäre wahrscheinlich wesentlich lustiger genau ich hab versucht mit dem Golf anzuschieben aber das war auch nicht so eine gute Option naja da konnte ich mich leichter mit der Tukes aber die wissen was der Tukes wiegt ja wahrscheinlich haben wir einen Gang drinnen gelassen die Hand beim Zangezogen die Möglichkeit besteht das hätte auch das sein können äh bei dem UAS dass du da nicht vorangekommen bist weil du keinen Gang drinnen gehabt hast hm 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 ne jetzt müssen wir allgemein mal über die nächsten Gesamtanschaffungen mal so ein bisschen diskutieren was wir denn für Möglichkeit haben hier überhaupt in dem Spiel zu machen und daran dort auslegen was wir uns als nächstes zulegen ja also wie gesagt ich würde Richtung ähm Ballenpresse gehen in irgendeiner Form da wir dann mit dem Feld doppelt verdienen können ja und Gras schneiden wäre ja auch nicht schlecht ja eben das ist mir nämlich auch gerade so ein bisschen gedacht aus dem Gras können wir auch Heu machen das kann man ja kann man das eigentlich nicht auch mit der Ballenpresse dann ne du hast doch diese diesen Anhänger diesen Gras Anhänger ja damit kann man das Frischgras ja irgendwie aufnehmen aber kann man das nicht auch zur Heu machen und dann zur Ballenpressen eigentlich mein theoretisch mein theoretisch gibt's so ne Bauerberufsschule ja ne Bauerngrundschule wäre jetzt wahrscheinlich erstmal angesagter ja für uns schon Vorschule aber ich denk ja schon dass Bauern mittlerweile auch ein Lehrberuf ist ja das heißt nicht Bauer direkt sondern ne Landwirtschafts-Agrartechniker bestimmt oder sowas äh wie heißt denn das? ein Bekaner von mir hat's doch glaube ich gelernt der ist auch mit Agrar heißt das glaube ich der ist auch mit Agrar heißt das der wäre die erste Aufgabe einfach mal in die Kommentare posten wie das heißt wenn man sowas lernen möchte im landwirtschaftlichen Sinne Ah, ich denke, das heißt einfach mit Agrar. Ah, Schneidwerkheben. Ach, wie schön der Raps mal überhaupt keine Arbeit hinterlässt, ne? Und wie schön lange das dauert, bis da der Tank mal voll ist. Und da muss man sagen, dass sich das noch wahrscheinlich sogar ausgleicht. Weil man bekommt ja für Raps, bekommt man ja wesentlich mehr Geld. Aber dafür hat er auch eine wesentlich geringere Dichte im Tank. Ne, wesentlich höhere Dichte, so. Müssten wir mal ausrechnen, dass wir ein Demofeld nehmen. Ja, sozusagen, ne? Dass wir... Oh! Einer von uns beiden hat was stehen gelassen. Ich war's nicht. Ja, ja, im Zweifel immer hat Jimmy da. Ich hab da die erste Spur gemacht, du die zweite. Dann ich wieder die dritte und jetzt machst du die vierte. Reinrechnerisch jetzt mal ordentlich belegt. Ich muss immer versuchen, mich auszureden. Das geht nicht. Ja, aber leider ist deine Logik schon in Ordnung. Oh, Kreisfahren. Ich hab bei dem anderen Feld hinten, äh, bei dem großen, ähm, mal die halbe Technik versucht. Ja. Aber ich bin auch davon abgekommen. Klappt auch nicht so gut. Ja, weil dann einfach das Problem ist, dass wenn du quer durchs Feld fährst, du weißt nicht, kommst du jetzt gerade, bist du Ski? Und mit der Zeit siehst du es dann halt, ob's denn jetzt, äh, Ski kommt oder nicht. Ja, du hast, äh, diese Fahrtwege. Hm. Also wir fahren ja jetzt jedes Mal längs praktisch ungenutzt. Richtig. Und verschenkt dir Zeit mehr oder minder. Genau. Jetzt ist die Frage, äh, sind wir schneller am Drehen oder anders? Naja, nach einem halben Feld wird sich das wahrscheinlich noch hier beim Ausgleichen. Ich mach das jetzt einfach mal mit Tränen, aber da ist das Schneideberg unten. Siehst du eigentlich meine Rundumleuchte, ja, ne? Ja, natürlich. Was war jetzt? Jetzt hat's, glaub ich, gespeichert. Aber an dem anderen Feld hast du doch bestimmt auch ewig dran gesessen, oder? Ja. War nicht gut, äh, ich hab, glaub ich, eine Stunde aufgenommen und nur einmal das Feld fertig gemacht. Da sind meine Zuschauer bestimmt begeistert von dieser Abwechslung gewesen. Ja, was da auch eine Möglichkeit wäre, bei sowas, ähm... dass du das einfach machst und da gar nichts weiter großartig dazu plauderst und das im Endeffekt beim Rändern mit Musik unterlegst und den Zeitraffer abspielst. So eine Feldernte. Das wär auch eine Möglichkeit, aber Musik hab ich immer das Problem, äh, ich hab Angst, dass ich in den Content-Filter reinhaue. Ach, einfach vorher auf YouTube gucken, ob das schon jemand anders hochgeladen hat. Also ich bin noch am Suchen, dass ich vielleicht gute, ähm, ähm, Musik auf CC-Basis, also, wie heißt das, comment... Ah, ich weiß gar nicht mehr, also Copyright-frei-Kriege. Ah, ah. Ja, kommt halt drauf an, in welche Richtung, was für Musik du da suchst. Ja, gibt's ja alles. Wolltest du jetzt den Hänger? Jep. Ich hab dich nämlich hüpfen gesehen. Ah, du beobachtest mich. Ja, ich hab halt den PTA auf. Und ist mir aufgefallen, da war doch jetzt ja auch schon was passiert. Und dann war auf einmal auf dem Hof der Gutste. Weil mit der Musik, das hasse ich, also, äh, ich hab ja sehr viele Kommentatoren, die ja auch Videos hochladen. Und dann schaut man natürlich, wenn ich ein Abo kriege, ob der schon was hochgeladen hat, ob das interessant ist. Und dann haben die so gute Titel, äh, wie, äh, Curse-Player gezeigt oder, äh, neue Mod oder so irgendwas. Und dann freut man sich drauf. Und dann ruft man das Video auf und dann ist es wegen GEMA-Zeug gesperrt oder so. Und dann krieg ich immer den Hass. Es ist schon ein bisschen letztlich, das ist richtig. Und es wird endlich wieder hell. Oh mein Gott. Ja, alles in allem dauert ja so ein Video mit Hochladen und allem drum und dran, auch wenn man nicht am Rechner dabei sitzt. Ja gut, eins bis zwei Stunden. Ja. Und dann macht man sich so viel Mühe, sucht die Musik aus, schneidet es noch, rendert es, da ist ja der Rechner auch fast schon lahmgelegt, lädt es hoch und dann ist die Download-Rate auch runter. Man kann in YouTube nicht viel machen, der Rechner ist wirklich so ein, zwei Stunden, vielleicht sogar noch länger belegt. Und dann nach fünf Aufrufen ist auf einmal das Video gesperrt, das ist doch ergerlich. Ja, das war halt bei meinem einen Trax-Molader war das so. Weil ich da halt die Mod mit dem Radio drinne hatte. Oh.